Ja, Geil von Mano, 5-0 im Pokal gegen Krei gewonnen. Wie ist heute dein Fazit zum Spiel? Ich bin da nicht zufrieden, also zumindest mit der ersten Halbzeit. Wir haben wirklich sehr, sehr guter Ablauf. Wir müssen, glaube ich, nach 5-0 schon 2-0 führen. Es hat mir aber gefallen, wie die Mannschaft die Ruhe hatte, immer wieder verlagert hat und das war alles für Vorarten. Und nur die Torstandsenauswertung war nicht gut in der ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit war ein bisschen wilder. Die haben uns dann, glaube ich, einfach attackiert blind. Und dann wird es ein bisschen wilder. Aber da hatten wir auch, glaube ich, 6-7 Torschancen, wo man mehr Tore machen muss. Das Einzige, was ich zu merken habe, sind die Torschancen. Aber die Art und Weise, dass wir uns Torschancen rausspielen, das war gut. Und das nehme ich mit. Perfekt. Danke dir. Danke.